Dieses Video ist entstanden mit der freundlichen Unterstützung von Cevdesk. Wenn du mehr über Cevdesk erfahren willst, dann schau das Video bis zum Ende und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind heute mal wieder sehr früh unterwegs. Wir sind um kurz nach 5 aufgestanden und sind jetzt zum Shangri-La Hotel gefahren, denn wir dürfen oben auf die Dachterrasse rauf und den Sonnenaufgang fotografieren. Es ist jetzt kurz vor 6, gleich geht es nach oben mit dem Aufzug. 42. Etage, erstmal vielen großen Dank an das Shangri-La Hotel und ich bin mal sehr gespannt, wie das Wetter heute wird und ob wir einen guten Sonnenaufgang erwischen werden. Es gibt so bestimmte Fotos, die jeder Fotograf irgendwie im Kopf hat, die man unbedingt fotografieren möchte. Und das sind meistens irgendwelche bestimmten Situationen, die sehr, sehr selten vorkommen und genauso ist es auch bei mir. Bei mir ist es der Shot Dubai von oben, aber Dubai von oben alleine reicht nicht aus, sondern Dubai von oben bei Nebel. Wer schon mal in Dubai war, der weiß, dass Nebel in Dubai sehr, sehr selten ist und vor allem eigentlich auch nur in den Wintermonaten vorkommt, wenn überhaupt. Deswegen sind wir auch im Dezember dahin geflogen, da ist die Chance eigentlich so mit am größten. Aber man muss trotzdem sagen, insgesamt vielleicht 5 bis 10 Tage hat man im Jahr, wo es überhaupt diese Chance gibt, auf Nebel. Und selbst dann ist es nicht garantiert. Ich bin jetzt bereits das vierte Mal in Dubai gewesen und muss sagen, Bisher hatte ich leider immer Pech gehabt. Ich möchte unbedingt so einen Shot haben von oben, wo die Nebeldecke so schön tief hängt und trotzdem die Hochhäuser mit ihren Spitzen noch herausragen. Ich denke mal, jeder von euch hat so ein Bild schon mal gesehen von anderen Fotografen, die vielleicht auch direkt in Dubai wohnen. Und das ist ein Shot, den ich persönlich unbedingt haben möchte, der nicht in meinem Portfolio fehlen darf. Und auch wenn wir am ersten Morgen keinen Nebel hatten, so hatten wir doch eine super Aussicht von dem Shangri-La Hotel mit dem Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt, 828 Meter hoch und im Vordergrund die extrem große Autobahnschleife, die einen sehr, sehr schönen Vordergrund bietet und auch viele führende Linien in das Bild hineinbringt. Und von daher sind wirklich auch viele tolle Ergebnisse dabei herausgekommen. Nächster Morgen, nächster Versuch. Die Wetter-App hat eigentlich vorhergesagt, dass es relativ gut aussehen sollte und die Chance auf Nebel relativ hoch war. Also bin ich voller Motivation aufgestanden, habe aus dem Fenster geblickt. Dort war noch kein Nebel, aber das heißt überhaupt nichts, denn dieser Nebel kann sich auch erst zum Sonnenaufgang bilden. Deswegen sind wir wieder losgefahren zum Shangri-La Hotel, hatten natürlich auch wieder alle Workshop-Teilnehmer mit dabei und wir hatten wirklich große Hoffnungen, ob dieser Nebel dann wirklich noch kommen würde. Wir fahren also mit dem Fahrstuhl nach oben, gucken auch nochmal dann dort aus dem Fenster. Der Nebel war immer noch nicht da, aber es war noch dunkel und ich habe immer noch gehofft, dass er kommt. Und das ist eben auch ein absolutes Geduldsspiel. Der Nebel kann kommen, wann immer er möchte. Und deswegen muss man einfach immer wieder morgens aufstehen und immer wieder gucken, kommt er oder nicht. Und man muss halt auch immer wieder bereit sein. Ja, was soll ich sagen, wieder kein Nebel. Die Chance war da, aber leider kam er nicht. Aber es ist für mich vollkommen okay. Ich weiß, dass ich im Dezember 2020 wieder nach Dubai fahre und dort meine nächste Chance wahrnehmen werde. Und ich hoffe, dass wir dann endlich den Nebel fotografieren können. Wenn du Bock darauf hast, mit mir mitzufahren nach Dubai im Dezember 2020, dann schau mal auf meinem Online-Store vorbei. Dort kannst du diese Fotoreise buchen. Ich würde mich sehr freuen, den einen oder anderen von euch dort kennenzulernen. Und wie gesagt, wir hatten im Jahr 2019 mit den Teilnehmern eine wirklich richtig schöne Woche dort, haben viele Motive fotografiert und ich hoffe, 2020 dann auch endlich den Nebel. Noch mal vielen Dank an Cevdesk für die Unterstützung dieses Videos. Cevdesk ist eine Online-Buchhaltungssoftware, welche dir deine Buchhaltung extrem vereinfacht und deine Belege digital abspeichert. Dazu habe ich ein gesamtes Video erstellt, welches ich dir oben nochmal verlinke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.